Dann kommen wir, glaube ich, und das ist jetzt das Vernünftigste, zu den User-Fragen und da gibt es ein paar. Inside Politics hat verschiedene Kanäle, wo man Fragen stellen kann. Unter anderem könnt ihr auch uns die Fragen an redaktion.insight-politics.at schicken. Und viele nutzen derzeit unsere Discord-Gruppe, die noch in der Beta-Phase ist. Und die erste Frage kommt von Chrono-Zeller. Umweltschutz um jeden Preis. Wie wird denn prozentual und absolut am meisten dafür zahlen? Wofür genau? Also, ich glaube, der Kontext diesbezüglich ist definitiv die CO2-Steuerung. Also, wir haben ja unsere Motoröse keine reine CO2-Bepreisung, sondern da geht es eher darum, dass man verschiedene Aspekte teurer macht und verschiedene andere Aspekte günstiger. Im speziellen Fall bei unserer ökosozialen Steuerreform ist es so vorgesehen, dass wir diesen Ökobonus haben, der quasi erhöhte Kosten für den CO2-Ausstoß zum Beispiel kompensieren soll. Und da ist es typischerweise so, dass der Energieverbrauch und die CO2-Erzeugung von Leuten mit höherem Einkommen typischerweise höher ist, die fliegen einfach mehr, haben größere Autos, sind mobiler und haben größere Häuser und so weiter und so fort. Dadurch steigt einfach der Energieverbrauch, dass die typischerweise härter getroffen werden von so einer CO2-Steuer. Und der Ökobonus, der dann ausbezahlt wird, also die direkte Umverteilung, ist aber quasi eine Pro-Kopfquote. Jeder kriegt das Gleiche. Und entsprechend, typischerweise wird dieses Modell von eher Leuten mit höherem Einkommen finanziert, wenn man sozusagen noch Einkommen anschaut. Also das heißt, Sie wollen, und da ist die Folgefrage, verhindern, dass zum Beispiel Normalbürger die große Zeche zahlen und das obere Prozent der Großkonzerne sich da verdrücken kann. Also das ist mit diesem Modell, würde ich sagen, auf alle Fälle garantiert. Da gibt es natürlich dann noch andere Überlegungen bezüglich der Industrie selbst, also was man sich, was da an Maßnahmen geben könnte. Aber was, glaube ich, sozusagen eine der Maßnahmen ist, die zusätzlich insbesondere Leuten, die in Arbeitsprozessen stehen, noch helfen wird, ist, dass wir auch die Lohn-Ebenkosten senken möchten mit dem Modell. Also ein Teil geht sozusagen in den Ökobonus, ein Teil in die Lohn-Ebenkosten. Und das führt dazu, dass quasi für Unternehmen es auch leichter wird, Leute einzustellen, was hoffentlich dazu beitragt, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Aber irgendwie hört sich das doch ein bisschen nach Umverteilung an. Also es ist natürlich eine Umverteilung von Leuten, die sozusagen verholten, würde ich sagen, und Produkten, die eher schlecht sind für unsere Umwelt, hin zu Produkten, die eher gut sind für unsere Umwelt. Das ist die Idee dabei. Also es ist reine Marktwirtschaft. Man versucht Kostenwahrheit herzustellen, was bis jetzt sozusagen Kosten sind, die die Gesamtgesellschaft tragt, wird dann in das Produkt, in die Dienstleistung eingepreist. Und entsprechend wird die dann quasi, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Produkt, das aus der Region kommt und biologisch hergestellt ist und so weiter, das wäre dann wettbewerbsfähiger als ein Produkt, das irgendwie billigst aus Brasilien importiert wird. Also mit anderen Worten eben nicht die Banane importieren, sondern den Apfel forcieren und gleichzeitig aber auch verhindern, dass der Apfel irgendwo anders exportiert wird. Also zumindest gibt es einen Anreiz, nichts von dem verhindert irgendwas. Aber sozusagen, es wird einfach aus marktwirtschaftlicher Sicht interessanter, den regionalen Apfel zu kaufen, als die Banane zu importieren. Okay. Umgekehrt, bei den Russlandsaktionen gab es ja auch da immer wieder mal Probleme und zuletzt auch dann sogar Schwierigkeiten, dann über Serbien steirische Äpfel nach Russland zu exportieren. Aber ob das wirklich so sinnvoll ist, sei mir dahingestellt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir uns oft auch in gewisse Abhängigkeiten begeben, weil wir relativ viel fossile Energie aus Russland importieren. Und in die Richtung würde man auch mehr Unabhängigkeit schaffen, was, glaube ich, auch quasi den wirtschaftlichen Druck ein bisschen reduzieren würde. So, Krono Zeller, ich glaube, das beantwortet deine Frage, weil er hat nämlich extra noch dazu geschrieben, wir müssen alle unseren Beitrag leisten, ist keine ausreichende Antwort. So, Alphons Honkler fragt, warum heißt er schwarz, wenn er bei den Grünen ist? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe schon mal versucht, darauf zu kommen, woher dieser Name kommt. Es gibt schon in der Familiengeschichte auch schwarze Bürgermeister und so, aber ich glaube, ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt, ob irgendwie in der Vergangenheit Leute Rauchfunkherrer waren oder sonst was. Aber meine grüne, wie gesagt, meine grüne Zugehörigkeit hat sich schon sehr früh ausgebildet als Kind eigentlich durch meine Erfahrung in der Natur. Ja, ist auch eine Möglichkeit, zu diesen Themen zu kommen. Das heißt, Sie waren auch ein bisschen vom Heimburg und so weiter mitgeprägt, obwohl Sie 85er-Jährige sind. Also, das habe ich nur mal indirekt mitgekriegt, dann im späteren Verlauf, aber selbst, ich habe halt da, ich weiß nicht, Baumhäuser gebaut und da waren halt irgendwie die entsorgten Kühlschränke, die da im lokalen Bach gelegen sind und haben mir gedacht, das zerstört irgendwie so mein Gefühl davon, wie der Wald ausschauen sollte. War sehr subjektiv und hat aber quasi ein bisschen ein Problembewusstsein in mir geweckt, hätte ich gesagt. Verstehe. Kann er aber echt beantworten, wie haben Sie vor, dass die großen Industrien dazu gebracht werden, weniger CO2 auszustoßen? Also, da gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Ich würde sagen, das eine ist einmal der ETS, also der europäische Emissionshandel, unter dem die meisten von diesen Industriebetrieben liegen. Da wäre aus meiner Sicht wichtig, dass wir versuchen, einen Mindestpreis an der Börse zu erreichen, weil aktuell das so ist, dass die Preise teilweise so niedrig sind, dass es keinen Anreiz gibt, etwas zu ändern. Das alleine bringt aber bei den Industrien noch nicht ausreichend was. Was, glaube ich, das Allerwichtigste ist, dass wir langfristige Zielvorgaben als Politik haben, also einen klaren Plan, wie die Zukunft ausschauen wird. Dann haben Unternehmen Investitions- und Planungssicherheit und dann können sie auch umstellen in Richtung erneuerbare oder die Prozesse, oft sind es ja Prozessemissionen, die da die Probleme verursachen, als auch die Investitionen tätigen, um einen gewissen Prozess durch eine neue Technologie zu ersetzen, die CO2-neutral ist zum Beispiel. Das Dritte ist wahrscheinlich, in manchen Bereichen wird es auch eine gewisse staatliche Unterstützung, Förderung, Forschung oder was brauchen, um wirklich aus ganz schwierigen Fällen noch rauszukommen. Verstehe. So, dann fragt er noch, und wie genau sollen lokale österreichische Politik da etwas verändern, weil selbst wenn CO2 ganz auf Null reduziert wird und der Ausstoß auf Null reduziert wird, macht das weltweit nur 0,2 Prozent aus. Also, das Argument war, glaube ich, sehr stark in der Zeit der Verhandlungen rund um das Kyoto-Protokoll, seit es den Pariser Klimavertrag gibt, ist die Frage nicht mehr so spannend, weil ja jeder Staat in der Welt seine Ziele kriegt hat und alle kämpfen sich damit ab, wie auch Österreich, manche sind halt erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. In der EU ist Österreich einer der Schlusslichter. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, quasi, also man könnte jetzt sich überlegen, was nicht jetzt die USA mittlerweile sind, halt eher bei den sozusagen Verhinderern dabei hat, was mit ihrer aktuellen Politik zu tun, aber ich würde mir jetzt nicht quasi die Dreckschleudern aussuchen und die dann als großes Vorbild nehmen, sondern ich würde schauen, dass wir versuchen, bei dieser Veränderung, bei dieser Transformation, die kommen wird, einfach weil es die Physik vorgibt, dass wir da, das kommt selten vorher in der Wirtschaft, dass man weiß, was die Zukunft bringt. Das heißt, da vorne dabei zu sein, ist auf alle Fälle ein wirtschaftlicher Vorteil für Österreich und da sollte man quasi auch nicht irgendwie Innovationen verschlafen, weil sonst müssen wir dann irgendwann anfangen, chinesische Produkte zu kopieren und chinesische Technologien und in die Situation möchte ich nicht kommen, sondern es sollte schon so sein, dass wir quasi da vorne dabei sind. Ja, außerdem, die Physik lässt sich leider nicht gesetzlich regeln. Ja, genau, leider. Ich kann nicht abstimmen über die Gesetze. Das wäre mal ein Thema. Wie wäre es hier sozusagen auch die CO2-Steuer europaweit einzuführen und sollte die EU zum Beispiel Strafzölle auf solche Produkte setzen? Da wird es kompliziert. Ich würde sagen, zum ersten Thema ein klares Ja. Es sollte auf alle Fälle europäisch gemacht werden, nur geht es nicht, weil Steuerfragen bei den Mitgliedstaaten sind, weil ein Einstimmigkeitskriterium vorliegt. Das heißt, es müssten die Polen, die üblicherweise diese Sachen blockieren, oder mitstimmen und das wird es jetzt in den nächsten zehn Jahren, hätte ich mal gesagt, nicht geben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann, was jetzt mal haufenweise nationalstaatliche Lösungen gibt und dass man die dann ersetzt durch europäische Regelungen, sobald sich das ändert. Aber das ist Zukunftsmusik. Also es gibt ja zum Beispiel so Regelungen in der Europäischen Union, wenn zum Beispiel jemand Werbeeinnahmen hat aus einem anderen Land, dann kann er wiederum von diesem Land besteuert werden. Solche Regelungen gibt es schon, sind auch gerade in der Umsetzung. Aber das trifft, also gerade bei diesen CO2-Besteuerungen, also gibt es da keine europäischen Möglichkeiten momentan. Also darum gibt es ja auch diesen europäischen Emissionshandel, der ist nämlich nicht dem Einstimmigkeitsprinzip unterworfen und darum ist der quasi die Lösung damals gewesen. Zum anderen Thema wollte ich noch etwas sagen zu diesen Importzöllen. Ich glaube auch, dass das eine Lösung sein kann. Nun muss das ja wieder, damit das quasi wettbewerbskonform sein kann, mit CO2-Steuern auch im Inneren zusammengehen. Also jetzt nicht so, wie es vorgeschlagen wird von der ÖVP, wenn man quasi nur den Import bezahlt, aber sozusagen nur ausländische Produkte bestraft, dann geht das natürlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Modell möglich ist. Das ist auch sozusagen im Detail sehr kompliziert, das so auszuformulieren, dass es auch WTO-konform und so weiter ist. Aber ich denke mir, dass da, also ich würde mich da auf alle Fälle reinsetzen, Richtung Europa, dass wir sowas hinkriegen. Gut, und das heißt, Sie würden das sozusagen auf nationaler Ebene mal falsieren und dann eben in den europäischen Diskurs gehen. Genau. Und in der Zwischenzeit ist es eh so, auch im ETS sind ja die Industrien, die wirklich, wie heißen die, Energy Intensive und Trade Exposed, also wirklich diese Unternehmen, die sehr viel von ihrem Geschäft im Ausland machen, wo der Markt sehr global ist und die sehr viel Energie brauchen, dass die teilweise aus dem ETS ausgenommen sind. Das heißt, die haben dadurch weniger Wettbewerbsschwierigkeiten. Gut, und die letzte Frage von Alphonsonkler wurde schon eben in der Frage von Konosella beantwortet. Da ging es nämlich nochmal um die Frage, dass halt sich Reiche freikaufen könnten. Daniel Froh oder auch Queen Maniac genannt, fragt, Was halten Sie von einer Expertenregierung und sollte dieses Konzept fortgesetzt werden? Also ich bin der Meinung, man sollte möglichst viel Expertise nach Möglichkeit auch von außen in die Politik holen, auch in die Regierung, eine reine Expertenregierung. Also ich glaube, dass wir zum Beispiel in der Partei jetzt durchaus Leute haben, die sehr viel Expertise mitbringen, die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind, die diese Kompetenz aufweisen. Und der Vorteil ist halt, dass die Wählerinnen und Wähler die Leute dann explizit auf ihren Listen vorfinden, während der Expertenregierung quasi dann von irgendwo herkommt und dann sich immer die Frage stellt, wie sind die jetzt demokratisch legitimiert. Und den Vorteil hat man natürlich, wenn man versucht, die Expertise gleich an den Listen abzubilden. Angenommen im Oktober oder im November ruft Sie der Werner Kugler an und fragt Sie, Jakob, willst du Minister werden? Würden Sie das auch nehmen? Ja, das müsst ihr da nehmen. Also jetzt müssen wir mal in den Rationalrat kommen und wir sind dann noch gar nicht drinnen. Also ich würde auf alle Fälle sagen, ja, ich würde gerne Nationalrat werden. Wenn wir dann tatsächlich einmal diese Diskussion führen müssten, ob wir in eine Regierungsbeteiligung kommen oder nicht, dann würde ich das mal nochmal separat anschauen. Dann habe ich noch von eins eine Frage, das ist die letzte User-Frage. Er hat neuerdings ein Problem mit der GIS. Aha, okay. Es ist so, er hat vor etwas mehr als einem Jahr eine neue Wohnung bezogen und hat dann einen Brief bekommen, hat einen GIS-Prüfer getroffen, der hat ihm gesagt, das ist alles in Ordnung, ihr Gerät ist nicht empfangsfähig. Dann hat er das nochmal, der GIS via Telefon auch nochmal hingewiesen und jetzt hat er einen Fragebogen von ihnen bekommen, weil er nur das Radio und nicht dem Fernseher angemeldet hat und der Fernseher ist nicht empfangsfähig. Er hat sich dann ein bisschen erkundigt und hat dann festgestellt, dass die GIS immer wieder dann argumentiert, man möge doch bitte ein Sachgutachten von einem Fernsehtechniker nachweisen und das erbringen, weil die GIS-Prüfer technisch nicht in der Lage sind oder nicht versiert sind, das zu prüfen. So, das wäre so ungefähr, wie wenn jemand vom Umweltbundesamt sagt, das kann ich nicht beurteilen, bringen Sie mir da bitte eine Beurteilung, weil ich bin nicht fachkompetent. Ja, also da hat sich natürlich jetzt auch durch die ganze Digitalisierung einiges sozusagen geändert und ich glaube, was die Bemessungsgrundlage von der GIS ist, da kann man sich schon Gedanken machen. Ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass man an diesem öffentlich finanzierten Rundfunk festhalten sollte, das hat es ja auch in der Schweiz-Aubstimmung gegeben, die auch positiv ausgegangen ist. Ich glaube, dass in der Bevölkerung das grundsätzlich auch positiv gesehen wird. Die Frage, wie man dann eben im Detail das bemisst, ob jemand dazugehört oder auch nicht, wäre ich die nächste Grenze, das mal genauer anzuschauen. Das ist eine Haushaltsabgabe, wie es zum Beispiel in Schweden oder Deutschland ist, dagegen wären Sie mir, das wäre ja wieder eine Steuer. Genau, wäre eigentlich eine neue Steuer. Also ich versuche das zumindest auf die Leute zu reduzieren, die das auch in Anspruch nehmen, aber da gibt es eben, kann ich auch nachvollziehen, ein gewisses Problem, das zu bemessen. Da Sie ja Wirtschaft studiert haben, wie wichtig ist es Ihnen im Bereich der Besteuerung und generell der Abgaben ein sogenanntes Verursacherprinzip einzubringen, dass man sich auch mehr darauf konzentriert, anstatt eben allgemeine Steuern zu haben? Also ich glaube, wenn die Steuerlast trifft, ist es ja oft so, dass es davon abhängt, wie die Märkte aufgestellt sind und wer Marktmacht hat. Das heißt, wenn ich sie irgendwie CO2 erhöhe, besteuere, dann ist die Frage, ob das jetzt eher, keine Ahnung, der Verkäufer oder die Verkäuferin des Produkts oder die Konsumentin oder der Konsument zahlt, in erster Linie davon abhängig, wie stark die Konkurrenz auf beiden Seiten des Marktes ist und entsprechend kann das auch zu einer Verursachersteuer werden. Also das hängt wirklich von, glaube ich, weniger davon ab, wenn man jetzt mit der Steuer, wenn man sozusagen dazu verdammt, die Steuer abzuliefern, als wie sich die Macht am Markt ausbildet, ob das jetzt quasi eher beim Verursacher oder eher beim Konsumenten liegt. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!